Ach, wie süß! Hört ihr das? Süß. Willkommen zurück. Äh... Hallo? Hier ist Toriel. Du... Äh, aber du verabstoßt Cinnamon nicht, oder? Ich weiß, was deine... Was du bevorzugst, aber... Äh... 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 Ja. Was wollte ich gerade sagen? Ich weiß es nicht mehr. Äh... Äh... Oh, ein Kampf! Jetzt ist genau... Also, ich nehme den ersten und zweiten Part direkt hintereinander auf. Deswegen... Ich bleibe jetzt erstmal bei dem Verschon. Nein! Okay. Äh... Okay. Manet. Ach so. Ich muss mir anscheinend den Weg merken. Bitte laufe nicht auf den Blättern. Ich habe auch total vergessen zu sagen, gerade, es hat gestern jemand auf Instagram ein Fan hat für mich gepostet. Ah! Und, oh mein Gott, ich habe mich so gefreut. Das Bild ist einfach voll schön. Ich habe das jetzt als meinen Sperrbildschirm auf meinem Handy und ich weiß auch nicht, ich habe mich einfach voll gefreut. Oh, die ich nur erzählt habe, weil ich mich so gefreut habe. Molzen, was? Wir flirten mal. You wiggle your hips. Oh. Ah, der Mist. Mann! Mann! Boah, die Musik ist voll catchy. Ah, hier. Ups. Hast du nicht das Schild unten gelesen? Ah, Mist. Okay, okay, okay. Dahinten muss ich so gerade lang laufen. Okay, 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 okay. Haps, Haps. Ah. Miau. Vier Gold. All I need is the money. Ach. Schafft. Kann ich auch von Anfang an freilassen? Ich hab keinen Bock. Okay. Ich bin zu faul. Ich mach's, wenn weniger sind, aber bei drei Stück hab ich keinen Bock. Woa, der. Äh. Woa, Partner. Wer hat gesagt, dass du mich herumschubsen darfst? Hm? Äh, du fragst mich rüber zu, mich rüber zu bewegen? Okay, nur für dich. Pumpkin? Kürbis? Okay, ich seh wirklich aus wie so ein Kürbis. Ich bin voll orange im Gesicht. Hm? Du willst, dass ich ein bisschen mehr, mich ein bisschen mehr bewege? Okay, wie ist das? Hm? Das war die falsche, äh, die falsche Richtung? Okay. Ich denke, ich hab's. Dankeschön. Verarsch du mich? Hm? Du willst, dass ich dort stehen bleibe? Ah, du gibst mir ein ganz schönes Workout. Bleibst du jetzt da? Okay. Speichern! Dieser Käse war hier, äh, ist hier seit einer langen Zeit. Es klebt an dem Tisch. Oh, wie süß! Hört ihr das? Süß. Äh... 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 Schnarch, schnarch, schnarch. Sind sie jetzt weg? Dieser Geist, äh, sagt immer wieder das, äh, D-Bustaben Z und tut so, als ob es schlafen würde. Bewege es mit, äh, bewege es. Zwinge es, dich zu bewegen. Na... Okay, dann muss ich es halt erzwingen. Okay. 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 Was? Ups. Ich habe ihm einen Witz erzählt. Dann werde ich ihn noch mehr aufmuntern. Er will dir etwas zeigen. Was willst du mir zeigen? Let me try. Was? Ja. Cooler Hut. Ich komme normalerweise zu den Ruinen, weil hier niemand ist. Aber heute habe ich jemanden Nettes getroffen. Ich werde aber dir aus dem Weg gehen. Och, das ist voll süßes Spiel. Ich mag das voll. Das ist so... Spider-Bake-Sail. Spiders. Was? 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 Okay. Ich habe einen Donut bekommen. Von den Spinnen. Weil ich habe denen aber sieben Münzen gegeben. Also... Ich habe für sieben Münzen einen Donut gerade gekauft. Sagen wir es so. Von Spinnen. Spiders, Spiders, Spiders auf Spiders. Was? Komm und esse... Essen gemacht von Spinnen. Für Spinnen. Oh, Spinnen. Was? Was ich auch gut finde, man muss hier Escape gedrückt halten. Weil die meisten Spielen geht es ja sofort aus, wenn man außerdem auf Escape drückt. Wie Idioten wie ich das manchmal machen. Aber hier muss man länger drauf drücken, damit das... Ich habe meine Süßigkeit gar nicht. Ach Mist, ich habe vergessen, die aufzusammeln. Egal. Ich habe meine Süßigkeit gar nicht gehört.